Das ist Max. Er ist Handwerker und Mitglied seiner Fachinnung. Eine Innung ist ein freiwilliger Zusammenschluss von selbstständigen Handwerkern eines Berufes innerhalb von Städten oder Landkreisen. Innungen sind Körperschaften des öffentlichen Rechts, fördern gemeinsame gewerbliche Interessen und erfüllen hoheitliche Aufgaben. Ihre Geschäftsstelle ist die Kreishandwerkerschaft. Das Innungsleben wird von Obermeister, Vorstand und Ausschüssen ehrenamtlich gestaltet. Für Max zum Beispiel ist der Fachkräftenachwuchs wichtig. Deshalb engagiert er sich im Gesellenprüfungsausschuss. Die Vorbereitungen und die Abnahme der Zwischen- und Gesellenprüfungen gehören zu den hoheitlichen Aufgaben. Aber auch die Begleitung der Auszubildenden während der gesamten Ausbildungszeit. Das duale Ausbildungssystem in Deutschland ist einzigartig. Schulen und Betriebe gestalten die berufliche Ausbildung gemeinsam. Deshalb sitzen Innungen auch am Tisch, wenn es um Beschulung oder Organisation der Berufsschulen geht. Innungen besuchen Schulen und nehmen an Messen teil, um Fachkräfte zu finden. Max und seine Kollegen erleben die Innung als einen Wert, der sich nicht in Euro messen lässt. Vor allem bietet die Innung eine Plattform für Begegnungen mit den Kolleginnen und Kollegen auf Augenhöhe. Als Mitglied ist er Teil eines großen Netzwerks. Natürlich kommt Max auch in den Genuss vieler Leistungen mit geldwerten Vorteilen. Denn Schlagkraft der Innung bedeutet auch, dass Unternehmen sich zusammenschließen, um günstigere Konditionen auszuhandeln. Innungen sind in Fachverbänden auf Landes- und Bundesebene organisiert. Die Arbeitgeberverbände handeln mit den Gewerkschaften Tarifverträge für ihre Mitarbeiter und Auszubildenden aus und sichern damit den Unternehmen gleiche Bedingungen bei den Arbeitskosten. Kunden achten Innungsbetriebe. Sie schätzen deren Qualifizierung und ihr Engagement für das Gemeinwohl. Deshalb zeigen Innungsbetriebe mit ihrem Innungslogo an der Tür Ich bin Mitglied.